Zum 120-jährigen Jubiläum hat Harley-Davidson eine spezielle Version der Nightster vorgestellt. Sie wird mit einem Soziositz und einer erweiterten Elektronik ausgestattet. Was unterscheidet die Harley-Davidson Nightster Special 2023 von der Standardausführung? Die Basis der Nightster Special bildet die Nightster 975. Chassis, Motor, Dämpfungskomponenten und Bremsen wurden unverändert übernommen. Außerdem ist die Special für Fahrten mit Sozios ausgelegt, das heißt sie bekommt einen zweiten Sitz und natürlich auch die notwendigen Fußrasten. Ein geänderter Lenkeriser soll den Fahrer eine angenehme Sitzposition ermöglichen, indem der Lenker um 2 cm nach oben und 2,5 cm nach hinten verlegt wurde. Außerdem verfügt die Special über das TFT-Rundinstrument der Sportster S, das über Bluetooth-Connectivity, Sprachsteuerung und auch über eine Navigationsfunktion in Verbindung mit der Harley-App verfügt. Auch die aufwendig gestalteten Vielspeichengussräder im Kreuzspeichendesign sind neu, ein Reifendruckkontrollsystem wurde darin integriert. An den Rad- und Reifengrößen ändert sich allerdings nichts, es bleibt bei 190 19 Zoll vorn und 150 80 16 Zoll hinten. Die Harley-Davidson Nightster Special ist ab Werk mit Cruise Control, also mit einem Tempomat, ausgestattet. Da der Motor unverändert übernommen wurde, bleibt es bei der Leistung von 90 PS. Bewegen müssen diese jetzt allerdings 225 kg, was ein Mehrgewicht von 4 kg gegenüber dem Basismodell darstellt. Der Preis für die Harley-Davidson Nightster Special beträgt in Deutschland 17.595 Euro. Danke fürs Schauen.